Wir fahren schon. Sehr geehrte Fahrgäste. Herzlich Willkommen im Regionalexpress nach Deutschkreuz. Die Brücke. Jetzt geht es auf die Brücke. Hoppala. Da. Flixbus. Nächster Halt 6 Stop. Wied-Meitling S2O6. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen. 2 Drehinformationen am Bahnsteig. Weil er sagt immer... Er sagt immer... Ähm... Der Unterschied zwischen... Äh... ... und der Ansteiger. Schaust mich aus der Scheibe aus? Ja. Schaust mich aus der Scheibe aus? Schaust mich aus. Ja. Aber ja, nichts mögliches. Nichts mögliches. Jetzt kommt mit dem Antwerp. Ach so, heute ist ja der Öffnungstag. Ah, guck mal, wir sind schon da. Schaust die Fetze raus. Oh, sie ist... Melanie mit City-Jet. Auf der anderen Seite. Ja, bitte. Ui, ich zu Ehren! Was? Deutsche Bahn Ich muss jetzt mal kurz in Ordnung reinziehen. Das geht einfach nicht. Wir können noch die Beöffentlichtung machen. Die sind voll auf, zur Sicherheit. Du kannst hier rein eintunen oder auf. Ja, das musst du nicht. Ja, ich lass dir auch was voll auf. Voll weg. Kannst du dir auch nix aus dem E-Mail? So, da sind wir schon. Nene, nur jetzt hier. Du bist Meichling, wenn wir wieder abfahren. Oder wenn wir dann stehen. Oh, ja, wir sind jetzt mit dem E-Mail-Bahn. Das heißt, ich will noch nicht. Ich kann dir eine Playlist schicken. Die haben es 123 Sons. Aber die sind alle gespeichert auf dem Video auf dem Gerät. Und dann müssen wir noch weiter. Und dann haben wir das. Vielen Dank.